Hast du schon einmal Drachen gezüchtet? Wie? Du meinst, das geht gar nicht? Quatsch! Alles, was du dazu brauchst, ist ein Kreuzungsschema. Es wäre gut, wenn du vorher schon mal was von den Begriffen Phänotyp und Genotyp gehört hättest. Was ist das überhaupt, ein Kreuzungsschema? Ein Kreuzungsschema kommt bei einer genetischen Kreuzung zum Einsatz. Damit kannst du feststellen, welche Genotypen und Phänotypen die Nachkommen haben werden und in welchem Zahlenverhältnis die elterlichen Merkmale weitervererbt werden. Die Aufstellung funktioniert immer gleich, egal welchen Erbgang du dir anschaust. Darum nun als Beispiel unsere Drachen. Ein blauer Drache verliebt sich in eine rote Drachendame. Beide sind reinerbig und die Farbe blau ist dominant. Daraus kannst du die Angaben für die Eltern ziehen. Welche Merkmale haben nun die Nachkommen? Dazu schnappen wir uns ein Kreuzungsschema. Das hat meist die Form einer Tabelle. Je nach Aufgabe sind die Anzahl der Spalten und Zeilen verschieden. Deswegen musst du dir genau anschauen, welche Merkmale betrachtet werden. Auf der einen Seite stehen alle möglichen Allele, die ein Kind von seinem Vater erben kann und auf der anderen Seite alle Allele, die es von seiner Mutter bekommen kann. Ganz wichtig, pro vererbbarem Allele bekommt das Kreuzungsschema eine Spalte bzw. eine Zeile. Jedes der leeren Kästchen steht für einen Nachkommen. Das Drachenmännchen kann die zwei Allele Groß B, Groß B an seine Nachkommen vererben. Das Weibchen hingegen die zwei Allele Klein B, Klein B. Der blaue Lindwurm bekommt deshalb also zwei Spalten und das rote Fräulein zwei Zeilen im Kreuzungsschema. Du könntest das auch andersrum machen, es würde nichts am Ergebnis ändern. Bei jeder Kreuzung erhält ein Nachkomme für jedes Merkmal ein Allele von der Mutter und eins vom Vater. Demnach bekommt also jeder Babydrache für das Merkmal Schuppenfarbe ein Allele vom blaufarbigen Vater und eins von der rotfarbigen Mutter. Am Schluss stehen in jedem Kästchen zwei Buchstaben, also pro Merkmale zwei Allele. Alle Drachenbabys haben den Genotyp Groß B, Klein B und der Phänotyp ist damit blau. Eine andere Art Kreuzungsschema besteht darin, jedes Allel von Mutter und Vater in einen Kreis zu schreiben und unten drunter für jeden Nachkommen ein Viereck zu zeichnen. Dann ziehst du Pfeile und zwar so, dass jedes Allel von der Mutter sich mit jedem Allel vom Vater paart, und zwar genau einmal. Das sieht dann so aus. Das erste Allel geht in das erste und dritte Kästchen, das zweite in das zweite und vierte Kästchen. Das erste Allel vom Vater landet im ersten und zweiten Viereck und das zweite dann im dritten und vierten Viereck. Am Ende nochmal überprüfen, ob sich jeder Pfeil auch immer mit einem anderen Pfeil trifft und du bist fertig. Mithilfe des Schemas lassen sich bei einer Kreuzung ganz einfach die Genotypen, Phänotypen sowie deren Zahlenverhältnis für die Nachkommen feststellen. Du kannst das als Tabelle oder als Schaubild machen. Das Prinzip ist immer gleich. Jeder Nachkomme bekommt dann je ein Allel von Vater und Mutter. Die Nachkomme ist ein Allel von Vater und Mutter. , also die Ne detailing ein Allel von Vater und Mutter. Vielen Dank.